gestern hatte ich auch schon das problem da ging der chat gar nicht hatte sich irgendwann nicht mehr abgededelt und dann musste ich auch noch mal irgendwie gesonderte browser öffnen und dann da den chat zu öffnen war auch sehr umständlich was ist denn jetzt hier passiert jetzt wird es angezeigt wo man das wiederum ja die kann ja auch keine ich denke mal das spaz wieder mit spaß ja welche seite machen wir links ja danke feats Was ist das? Es gibt viele hier rechts. Ich denke mal, es ist wahrscheinlich derjenige, der davor versucht hat, meinen Account in mittlerweile Band ist neun und jetzt hat er einfach einen anderen Account gemacht. Was konnte sein? Dann hoffe ich, dass du ihm da helfen kannst. Die Expektise da und deine Erfahrung mit dem Erfolg. Bist du links gestorben oder mittig? Ja, links, links, ganz links. Der wirft mir C4 entgegen das Schwein. Ich konnte nichts machen, weil ich in dieser Granat-Wurf-Animation war. Und dann, naja gut. Jetzt spielen wir nicht mehr Call of Duty. Jetzt, jetzt spielen wir ein Spiel für Männer. Wurde mich einfach nahezu immer. Ja, ich denke, wir sind auch dauerhaft spottet. Zumindest müssen wir so spielen, dass wir damit rechnen müssen, dass wir halt gespottet sind. Alter, was? War ein guter Push. Klar, wir wurden zwar aufgehalten. Ja. Ja, kein Sonst-Klassik, ne? Nee, Rush ist leider nicht mehr... ...wieder Shotgun... ...aktiv. noch größeren ausnahmen auch rechts panzer schokolade warum hat meine waffe nicht nachgeladen scheiße ich meine Ich dachte mir so, warum lädt da jemand eine Shotgun nach, dann muss ich schnell auf ihn schießen, das ist einfach der Maid. Wir haben Bier, nice. Nice. Are we filthy Russians or are we rich Americans? Weint im Ticket? Ja. Ich komme nicht raus. Ich bin ja Sniper, ich trottel, ich wollte gerade wiederbeleben. Irgendwann wird es schon funktionieren. Wir sind auf der westen Seite. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nein, 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 der hat auf den Tisch. Ah. Der Team ist auf der anderen Seite. Ich weiß, ich weiß. Zeit für ein bisschen LVG. Oh nein. Das ist Robby durch die Wand zu Puttkante. Entlegen, Kollege. Na, warte mal ab. Du wirst gar nicht assisten. Schon gar nicht mit deinem komischen Zeichen da drinne. Ah, bitte get down, nice. Das ist unsere neue Sprache. Maybe join on my person? Ja. So, jetzt hängst, hängst, hängst. So, ich kann nicht, ich kann nicht zacken. Wer ist da hinten bei A? Auf mich schon jemand geschossen. Wieso sind wir gespottet oder was? Also das heißt, irgendjemand muss uns gespottet haben. Und hat sich wahrscheinlich, der weiß, dass du da bist. Wer ist das jetzt? Wer hat sich gekillt? Fisch hier. 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 Findest du nicht? Kollege. Ah! Fisch is weg. Unbedingt, nachschau'n. Deckhaffer. Wo ist das? Annah! Das sieht doch gut aus. Ah, jetzt habe ich eine LVG kassiert. Ich dachte schon, was ist das denn? Ich habe einen LVG kassiert. Das ist ein LVG kassiert. Mitlegen. Aiaiaia. Im Stehen, Arbeitssie... 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 lalalala. Ich kann noch ein Deutsch machen. Ja. Ein Spombing habe ich auch mal weggemacht, ne? Ich habe es nicht hinstellen können. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann nicht rüberzuholen. Fucking Stream Sniper! Gar nichts, Alter! Geh mal, äh... Anni, jetzt hier an den brauchst du denn nicht. Ist er schon eng genommen. Äh... Geh mal auf die andere Seite. Das ist aber auch lustig. Ich bin zwar der Einzige, der schreibt, irgendwas steht mit dem Twitch, finde ich. Alle anderen gehen einfach nur, oder... Und alle anderen enjoyens einfach so, wie es ist, ne? Ja, beziehungsweise verlassen halt den Stream und sagen sich, ja, okay, heute nicht. Ich kann nicht, ich kann nicht vergessen, weil... Alter, ich glaube schon das Shotgun höre, ne? Keine Sorge. Ich habe deinen Shotgun-Kollegen gerade schön in den Rücken geballert. Ist da schon wieder einer draußen, Alter? Äh, nein. Watzel-Spatzel... Ist... Toot. Los, pass' ruhig. Oh! Ich hab ne Spaß, weil ich spatzig bin! Oh, da kommt schon der Erste, das... das erste bisschen Salz raus, ja? Das ist immer dabei. So viel zu! So viel zu! So viel zu! Ich reg mich nicht mehr auf, wenn ich zocke! Moment, das habe ich über Call of Duty gesagt! Ach so! Das ist spätlich, hier kann man sich aufregen! Oh, Matze-Spatzel hört mich mit Saiga, aber er wechselt die Shotguns mal. Mein Name ist so schlecht! Ja, Fischi ist wirklich Fischi. Ah, ja. Das ist ein bisschen Salz, was du da gemacht hast, mein Kollege. Unter uns. Jetzt schießt uns jemand mit bösen M320er ab. Was? Ihr wisst schon, dass, äh, A nicht eure Heimatflagge ist, ne? Haha, da war ja was! Haha! Toppix! Ah, ich muss Machlack! Wartest du da jetzt echt? Ja... Ich mein... Boah, wie... Ah, waa... Was sind das für ne Dudes? Ja... Wir sind die richtigen Macher. Wir sind die richtigen Macher. Ja... 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 Den... Glaub ich wird gleich cappt. Der Spawn, oder? Ja... Ist auch geil, dass wir ein Swapping bei CH haben. Ja... Wir haben ihn grad gekriegt. Da waren die Toiletten auf dem Seifenspender da oben, aber... Da krieg ich bisschen noch eins, aber... Das ist jetzt recht. Jaer xD Leventisch seit ner Sani. So bin ich. Ihr Gold, nicht mal. Kannst die Steuer nicht bezahlen. So, das ist erstmal der Spasnug. Na, du warst doch gar im Block, das hat's dir gesehen. Oh, jetzt kommt der Nächste mit Schocken. Ah, von quer gegenüber auch. Ey, die LVG kommt geflogen, echt. Hinlegen, PC. Danke. Hinter dir, Pew. Was wirst du beleben? Was wirst du beleben? Wo gammelt der denn? Ja, Platz 1. Wo gammelt der in der Base rum? Ich hab den jetzt 10 Minuten nicht mehr gesehen. Ah, schöner Smoke. Okay, auf den Wechsel. Ja klar, raus hier. Immer raus. Ja, kannst du alles machen. Alte 4 ist auf jeden Fall erlaubt. Ja, und? Kommt runtergesprungen, heilol. Der Kamm ist runtergejumpt. Er ist wieder hochgerannt. Ja, aber dann. Und Schüsse. Hä? P4 wird jetzt runtergeworfen, Achtung. Jetzt hab ich eine Zeitblendung. Die Mails haben alle die gleichen Perks. Das passt doch. Ah, da ist er. Bergerist. Er ist beim Ticket, Alter. Wer ist beim Ticket? Aber im Ticket ist euer, euer Mr. 2-3er Spieler. Mr. ich pushe niemals vor Ort. Ich warte, bis alle kommen und ich den abfangen kann. Nein. Bist du über mich, oder was? Nein, ach du nicht. Ja, aber mein war ich ja nie bei dir. Nein, nein, wirklich nicht. Ich hab doch gerade den Namen gesagt. Ah nein. Ja, komm ey. Ich sag ja. Eurer Spaß, Spaß dies, Alter. Jo, alles klar Tacker-Fahrer. Viel Erfolg. Ja, ich würd gern suchen, aber das geht nicht. Ich hab die Gruppe. Achso, wir sind ja auf All-Revents. Ich bin ja blöd. Heißt, der Granaten sind erlaubt? Ja, für dich nicht. Ja, achso. Ja durch. Ja durch. Verliert wir denn da so viele Ars? Achso. Weil da jemand im Ticket ist. Alter, wie viele Leute sind denn da bei dem Ticket? Sicher? Motherfucker spielt hier mit der Frack. Das ist dieser Jäger. 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 Achso. Ich hab ruhig bloß fliegen gesehen, das. Ja, der hat mich dreimal geholt damit. Ich hab mir auch gedacht, irgendwann hat er doch keine Ammo mehr. Aber er spielt halt Supporter, deswegen. So, da kann man sich ja mal schon droppen, das Zeug. Der steht sogar im Ticket. Der ist sogar in meinem Team. Ja? Der ist in meinem Spot, ja. Der steht in meinem Team. Hast du extra, den hast du doch extra rekrutiert. Gibt's so. Rekrutiert? Ich bezahlte extra. Naja. Na, context. Da muss ja rumst los. Oh, Baum대. Macht ja Ultrakill. Ne, den haben wir scheinbar alle gekillt mit C4, ne? Ne, ich hab ihn jetzt da. die spiel aber nicht spielt aber nicht so der jäger auf ja jetzt ist es wieder zu so nah ich späne ab und so wie das leider immer so ist in dem spiel deswegen mag ja wir gehen doch nicht weg mann ich wollte dich gerade kühlen ja ne 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 drei stücke drei medics leider der jäger schießt jetzt da drüben runter alter wenn die jetzt nachgezogen bei red stairs dann hätten das glaube ich ja 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 Okay, we are. ja wie viele sekunden erkenne war man Oh mein Gott, das ist der Block hier, ohhhh. Oh mein Gott. oder einer gemeint ja ich bin mal ich war um smoke und hatte ich gesehen aber ich habe jetzt ja bitte ich hätte nicht schlauze halten soll ja ich habe da gerade jetzt den kamer für bekommen ich habe mich aus der mitte vorgearbeitet ich habe da schon vier leute geballert bevor ich bei dir war nicht aufgepasst auf der karte aber es ist ja wir haben auch keinen tag leider gestehen wir haben eins auf der linken seite aber das hilft nicht für die ich habe gedacht die haben mich nicht gesehen aber irgendeiner fängt immer irgendwann an mit dem zivierscheid ja oder mit dem freck aber ich habe ich habe kurz 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 ich schieße 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 er stirbt nicht okay dann stirbt er halt nicht nicht ihn erhebelst du erhebelst du so leck nein der lag da weg schade was Jetzt bin ich auf Spawn gespawnt, oh. Gute Alter, der steht da immer noch am Tickel. Ich hab's gerade mal Kieken, wir sind bei ihm anders. Alter, wie so ein Wort, krass. Du bist nicht. Das ist eine Leute, ich hab's mal gehasst auf PS3 und da gab's schon noch Luft. Jetzt sind's ja schon drei, weißt du? Ja, ich hab's ja gesehen. Ist das ja nicht nur noch einer? Ist das schon drei mittlerweile? Aber er macht Kills, der macht Kills. Ja, ich hab's noch mal. Ja, ich hab's noch mal. Ja, ich hab's noch mal. Da stand da Ravis und Bot an der gleichen Stelle, ey. Wie kann mich die Granate durch den Pfeiler töten? Was ist das denn? Ja, ging fest. Ich war also noch am... Ja, alles gut, alles gut. Hätte ich nicht geschrieben. Da draußen sind die Hände drin. Ach. Die Hände drin, die Hände drin. Du bist gleich der Hände drin. Ja, dann ist das und die Hände drin. Die Hände drin. Die Hände drin. Leere hin. Das ist ein Buchstaben. Wenn du dich gerät drin. Das ist der letzte, ein Sniper, dreht er euch jetzt hinter dir. Ich weiß, ich weiß, das Problem ist halt, wenn die, die jetzt bei Redstairs waren, wenn die nicht jetzt noch nachzünden, dann... Ja, es war alles umsonst, ich weiß schon. Ja. Ich mein, was ist denn passiert? Die Leute sind von deren Backstairs-Positionen so rübergerannt, damit sie uns in den Rücken fallen können. Ja. Ja. Ich bringe ihn mir. Leil, diese wir machen. Ja, du machst es Leute. Dass ich dir gutgesch können. der typ der spawnd ist er will erst mal assisten auf der anderen Seite er hat einfach kein Box nicht das kannst du nicht ja da konnte keiner von euch spawnen ne ich kann erst jetzt spawnen ach shit ja ich war an diesem Pfeiler lang genug geblieben ich hab keinen Smoke mehr ich hab diesen scheiß Plug-Bug, oh man jetzt geht aber ab der TC da kommt ein AOD-Bot jetzt geht die scheiße los, alter was? die AOD-Bot scheiße, man zwei Sekunden, zwei oh god das war ja richtig schlecht bei mir ja seid ihr schon durch oder was? äh nächste Frage hierzu ul Das mal kurz scream anschalten mh nä 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 ich denke mir eh die ganze Zeit ich bin ich und in tc so selten keine ahnung und ihr gilt mich ja auch sehr selten als von daher ist irgendwie keine ahnung wir spielen so irgendwie gegeneinander aber wir laufen ja ist echt zu ja was war denn das also da müsste ich ja dann zwei gleichzeitig schon Hehehe Ehhh... Mega viel Hast du fünf sogar, ne? Nee, gerade nicht Also Zwei, eins Ey Er spielt schon dann und dann leckt der auch noch, oder? Boah, Alter, ey Ha! Äh, von uns sind welche im rechten Tottel Okay, danke nochmal Gerne, gerne, gerne Ist das jetzt, äh, Backseat Gaming? Ja Teamwork Ja, Team Gaming, ne? Oder Team, Team heißt das ja Ey, kommst du da hinten her? Wer ist? Ja Das war's Nee, ich weiß Reiß nicht den Backseat? Nein Das war's findest du nicht unter ist dass Frank immer holt die da alle weg, alter. Ne? Ne, da ist noch einer. Ja, irgendein Squad ist bei AA. Aber da war einer mit Frank immer, da hat die alle weggerotzt, alter. Von UNIs jetzt, oder was? Unser Team? Ja. Ne, nice. Guck gemacht auf jeden Fall. Im Moment. Ey, sind die Jungs da im Dirtfloor? Ähm, weiß ich nicht. Also wirklich, keine Ahnung, aber es ist jetzt sogar hier erlaubt. Ne. Doch. Doch, sind sie glaube ich. Oh, die da haben Sprengstoff, Alfa. Ich bin gerade gespawnt. Oh man, ich hab ihn eigentlich doch mit der M320 getroffen, das hat nicht gerecht. 0. 0. Gott bläht. 2. und 0. 2. Das kann Leute nicht ernst nehmen. Ich kann Leute nicht ernst nehmen, wie sie immer nur Schrotentffünfte spielen, C4. und hat so nur als ob sie hat so gut als ob sie dich holen werden was ich mein normal um abrand zu kommen durch zu pushen ja ja alles gut aber jetzt haben wir jedes mal die scheiße zu nehmen oder sich natürlich nur verstecken mit seinem scheiß zu viel noch ist es nicht vorbei wo spielt ihr wir spielen auf dem pc sind die oben oder unten vom bus genau dann bin ich nach rechts ich habe dich ich warst markiert und habe es genau abgepasst genau dann vorgesprungen wo du zu weit draußen war es schon was irgendwie markiert ja aber ich habe eher darauf geachtet als ich habe nicht damit gerechnet dass da noch einer von vorne kommt weil ich einen von euch nach links gehen sehen habt und dann war ich so auf die 1 94 geflogen ich merke schon bist du richtig heute hier im flow hier im ich habe die von irgendjemandem aufgehoben ja tut mir leid ich habe versucht den einzuretzen das ging nicht und habe das so lange versucht bis mich einer abgeknallt hat ich habe kein sprint mehr ich wechsle mal schnell ich weiß die granaten hier rein den link nach hinten da war noch einer ma sorry ich hätte auch nicht gedacht dass es so viele sind plötzlich ich werde von einem beil potler weg gemacht alter das kannst du auch keinem erzählen unsere Mates sind im selben Haus und er fokussiert sich auf uns ja klar, ist gut ja, ich weiß schon, was du meinst das hätte so gar nicht stattfinden dürfen eigentlich ja, das ist schon sehr grenzwertig gewesen aber gut, was soll's weiter geht's äh, von der Eisdiele das Ziel ist sauber rennt aber einer raus das kann ja bloß zweite Reihe spieler sein wo genau ist eigentlich die zweite Reihe wenn die in der Base sind ganz hinten dann, ne? ja, ja ähm, rechts hat da Rampe sind einige Gegner oh, B geht, B geht, bravo da müssen wir uns festsetzen von hinten, Mann jetzt bei A äh krass, krass, ja glas Was ist hier? Ich hab's gehört, ich bin hier schön am gammeln, so weg mit ihm, rex, gerexelt. Sehr gut. Ich hätte eigentlich gesagt, meine Mates checken, dass das hier noch von hinten kommt, aber oh nice, Sophie, gut, gut, gemassert. Ey, die Panzerschokolade hat gut reagiert, nice. Panzerschokolade. Oh man, ey. Wo er sich die Sätze da rauszieht, ne? Hä? Wo er sich die Sätze da rauszieht, alter, die Panzerschokolade. Mhm. Das ist ein Macher. Das ist jetzt eigentlich noch eine Runde. Kannst du die Runde kassieren oder wechselst du den mal? Ich versuch gern zu wechseln, aber meine Rolle ist hier nur als Gast definiert, deswegen kann ich leider keine Sys machen. Okay. Aber jetzt vielleicht am Anfang der Runde kann ich wechseln. Ja, die hat ein harten Anti-COD-Plugin installiert. Oh, herrlich. Müsste ich natürlich jetzt als COD-Beauftragter einschreiten und Veto einlegen? Hahahaha. Nee. Na ja, spielen noch Battlefield 3 Leute. Schön, dass an dem Spiel hier kriege ich immer welche umgeschossen. Hahahaha. Oh man, ey. Vor dem Tunnel gelegt, ja. Das gibt auch noch einige, die gut mit dem Beiput unterwegs sind. Also US ist hier so im Nachfall, ne, auf der Map. Beim Start auf jeden Fall. Ja. Gut, unterm Spawn aber auch. Ach du, da bist du ja schon. Habt du schon gesehen. Du warst dann mittig. Äh, es spielt einfach aus dem Russen Spawn auszubrechen, als aus dem US Spawn. Jaaaa. War vor Smiths am Wallhacken, alter. Er pre-fired mich an der Stair, das ist klar. Haupt hinlegen, alter. Wichser. Walalalalalala. Viel, wie viel. Oh mein Gott. Das war für dich. Oh mein Gott. Okay. Ich war aber sowas von ein One-Shot, ohne Witz, man. Ich bin mit sieben Prozent umgesprungen gerade. Aber das, äh, das war einfach nur, ne, das musst du dir gar nicht zuschreiben, die sieben Prozent Schüsse. Sonst muss ich dich, sonst, sonst muss ich dich Nadja callen. Den hast du mir geschenkt, oder? Ja, der ist doch ein Friedkill eigentlich, ja. Das ist ja auch so eine Überschrift für den nächsten Streamen. Don't call me Nadja. Ja. Du hast, du, du hast gute Überschriften. Das muss man dir lassen. Ja, ne? Hahaha. Danke, viel Blumen. Na Nadja. Ja. Ich find's ja überraschend, dass die immer noch irgendwie so die Turnieren mitmachen darf und so. Also das ist so... Ja, das stimmt, ja. Also dass die Leute das zulassen. Wahrscheinlich um halt Aufmerksamkeit dann für ihre Sache. Genau, genau. Ja, würde ich auch sagen. Aber geschäftlich gesehen, muss man sagen, sie hat's schon richtig gemacht. Sie hat den Hype schon richtig gut ausgenutzt. Ja. Aber es hat doch letzt ein deutscher Streamer gesagt, dass sie aber auch Viewer Bots haben muss. Also von den Zuschauern zahlen, dass das nicht hinhaut. Ja, alles, alles. Follower, Viewer, alles. Das ist eigentlich komplett, sowas hätte sofort gebannt werden müssen. Bei Nadja ist immer nur eine Szene im Kopf, wo sie diesen Whirlpools ist und ich selber einen Scheiß, das... Das ist doch auch gestellt. Das ist doch auch gestellt, Mann. Ja, aber trotzdem. Das hat die doch nur gemacht, damit die wieder kurz Traction bekommen, sonst... Ja, aber egal. Ich lass mich doch nicht so humiliaten, Alter. Ja, aber doch. Nein, das ist doch... Du hast doch selber gesagt, sie hat sich doch... Ist ja auch egal, warum... Du filmst jetzt darüber. Haha, scheiße. Haha, scheiße. Haha, scheiße. Warum ist Nadja so, Alter, du bist da auch... Haha, bist... Alter, der Jäger steht an der Treppe mit einem Messer. Ja. Oh, Bounty wird gelobt. Oh, Leis. Oh, Leis. Oh, Leis. Oh, Leis. Oh, mein Gott. Ach, die AM 94er. Schön, ganz in die Ecke. Ja, ja, stell dich da hin. Hat mich auch noch... Scheiße, ich hätte nicht fliegen sollen. Ach, ja, da... Haha, ja, genau. Der lehrt mir auch, dieser Schau-XD. Hat er dich auch? Naja, ja, ja, ja. Ja, ich hab rausgefliegt. Der war so weit hinten bei Reds, das ist unglaublich. Heißgranaten, Mann. Ich konnte noch nicht spawnen. Scheiße, nur noch zwei Sekunden. Ja, es war irgendwie... Ich hab gehofft, dass da noch mehr nachkommt. Ja. Meineные Freunde ist hier hinten. Hat er dich weggeholt? Ja, ich war im Zug, hab den... Ich hab's gesehen, du bist... Ah, der hat das Schwein, der hat's gemacht, mit diesem Echo-Zug-Ding-Bump. Der hat grad mit dem Messer... Ah, ja. Der hat grad der Kilkim gesehen. Ah, ja. Mit dem Messer und dann geschossen einmal. Ah, ja. Ich hab's wirklich grad gesehen, das ist kein Witz. Ja, ich glaub's dir nicht, glaub's dir. Alles gut. Würde ja zu AN passen. Ja. Ich kann den gar nicht, haha. Muss ich gestehen. Nee. Fang bloß nicht damit an. Da brauchst du dich nicht mehr blicken lassen. Oh! Dann werd ich direkt gebannt. Nein, du wirst gecancelt, sofort. Cancel Culture. Egal, ich spiel meine Scheiße, ehrlich. So wird man besser. Ja, ist ja wirklich so. Also ist ja Call of Duty auch so. Da kommen ja alle rein. Oh, ho. Nein, du messst doch viel jetzt nicht. Hinlegen, Kollege. Das war ein bisschen viel. Ich bin rausgesprungen, da waren vier oder fünf Leute oder so. Ja, da haben sich drei Leute umgedreht, da sind zwei gestoppt. Da bin ich so, ah, okay. Ah, ja, ja. Sind sie alle gekommen. Aber du musst auch mal hochkommen, ich muss da unten rumstehen. Ja, nee, wie soll ich denn bei der Granatenscheiße da hochgehen, Alter? Hä? Na, einfach machen und sterben und wieder hochgehen und sterben. Nee. Ich hab mich, hab mich. Ich hab mich. Noch einer? Wo? Oh, hinten. Ich hab mal die Klamour weggemacht. So ruiniert man sich doch die KD, Mann. Ja, stimmt. Ja, ist richtig. Einen hab ich, aber es sind noch drei. Ja, es sind drei Stück insgesamt. Boah, die Kopp springen runter, der TZ springt auch noch runter, ich hab damit nicht gerechnet. Oh, ich hab den Shooks. Ich hab den an 94er. Ah, alles. Wurde natürlich gleich wieder überlebt. Ich stehe natürlich wieder, äh, als letzte Instanz. Der wird, der wird gleich noch weiter zurück, kann ich sehen. Wobei, jetzt kommen sie scheinbar irgendwo vorwärts bei Redsters glaube ich. Aber egal. Fahrrad so an, da geht es zwei wirklich frisch spornen. Was hast du irgendwie für einen Job hier unten? Was machst du irgendwie hier? Ich hab die nicht gesehen. Ich weiß. Aber dein 94er Typ da links hinten, der hat mich immer gesehen. Da steht immer in Redsters. Zu zweit jetzt so. Echt? Ja, ja. Danke Kerle. Ich brauche jetzt den Kombi zum... Ist der Team Jam Surfer oder was? Lockers ist scheinbar jemand. Lockers, Lockers, Lockers. Jetzt lass uns doch mal ein bisschen pushen, Mann. Ist der weg? Ja, guck mal. Nein. Da war ich zu grünen auf dich. Oh. Oh, gut geschossen. Aufstehüfte. Ja, das war gut. Check. Ich bin noch so schön gesprungen eigentlich. Ja, ich hab auch nicht gedacht, dass ich hätte. Okay, also ich war auch überrascht. Ich bin bei der Spray-In-Fray. Ey, die Leute können nicht mal Reds setzen. Die können nicht mal die Rampe halten, Alter. Ernsthaft? Rechte Seite ist By-Potler. Oh nein! Mann, warum? Machst du das? Spielt die schon noch weg, oder was? Ja, die sind ziemlich wild. Viele By-Potler, wie du selber sagst. Ja, oder? Fängstweise Leute, die keinen By-Pot haben, aber trotzdem so liegen, als ob sie den By-Pot hätten. Ja. Die Magic. Diese Claymore, scheiße. Ich weiß nicht. Wieso hat dieser Sepoy eigentlich... Was wollen wir mit dem Perk? Ich hab ihm geschrieben. Achso, ich hab das gar nicht gelesen. Äh, Flakperk, please. Ich muss ja nun mal irgendwann das mal wechseln. Keine Ahnung, aber ich glaub... Rausschmeißen, einfach rausschmeißen. Geht halt nicht drauf. Einfach rausschmeißen. Nein. Ach komm, Mann. Gute Abend. Feier. Äh, Belfit, drei selber Probleme sind nicht behoben. Nein, leider nicht. Leider nicht. Ich hab gestern ein bisschen Glück gehabt. Drei Matches. Drei Rush Matches gehabt. Schuhe. Schuhe. Schuhe heißt das sicher, ne? Soll das ne Frage sein? Sicher? Soll ich das wirklich tauschen? Oder... Ja, ich mach's sicher. Eigentlich müsste es bedeuten, dass er's verstanden hat und ändert. Eigentlich. Nein. Ach der... Der Pro-Pleger-Rankhoff. Wie geht das, ne? 16-0. Weil wir da irgendwo rumkämpfen. Ah? Ich hasse die Gleise. Ich hasse die Gleise wirklich. Oh, sind wir tatsächlich bei A? Ja. Ne, das ist unser Homespawn. Ach. Ich wundere mich, warum mein Squad da plötzlich ist. Was machen die da? Chickenball is precious. Ach, da sind Gegner auf A. Na, naja, gut. Na, verdienen wir B, wenn wir jetzt alle auf A gehen. Ja, ja, das hat kein Bock. Ne, 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 last. Nein, ne, wir sollen auf B bleiben, ne? Ach, Mann. Ne, ne, komm, geht mal zu A, komm, haben wir... Bin ich mal gespannt. Ich spawn schon wieder mit diesem scheiß Perk. Ach. Schmeißen raus. die sind aus dem ding raus von lockerseite aus ich habe es gesehen ich habe es gesehen ich wäre in einer sekunde gespawnt oder was er schießt mich ab und ist danach sofort tot warum er hat ihn getötet es ist es ist es ist Aber es war uns eigentlich alles okay soweit hofft bitte auch feiern ist das was machst du bei a am 3rd floor mirakel wird ja also bei mt weg ich hab's gesehen er hat jetzt mit der p90 kassiert das kann er sich selber ein ich hab's voll er springt er mit seinem seiner öppel kaum die ecke alter kommt ich hab da mal ide haben markiert was der loki wieder mal für ausdrücke verwendet so wieder mal mit der seite riecht den mund auswaschen ja der eine hält mich fest der andere wäschte aber jetzt setzt er sich da hinten glaubst nicht wer ist jetzt hier bei hallo eine gemeinnützige organisation boah der ghostly button der kam rumgeschmort der shotgun krass ja was blüfe hast du auch alter wow krass das sah jetzt krass aus betrachten mal mal und die die alle Helm bei mir spawnen mit Spoke und vor mich schießen, schnell. Gehen nicht gegen die Fahrt. Ach egal. Von uns noch 5 oder 6 Leute bei Asen. Ich hab die geblendet. Ja, sehr gut. Ach jetzt hab ich mich, ach Dom. Was, jetzt hast du die selber geblendet oder was? Nee, ich hab mich mit, ich hab doch diese Scheiße aufgehoben von irgendwem. Und ich hab gedacht, oder gehofft das es Smoke ist und es war ne M320. Oh ey, du, 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 du äh. Du drehst es auf und drehst in die richtige Richtung, oder? Alter, warum sind da so viele rote Gegner? Rickbis, bitte mal kurz, Ausrufezeichen, äh. Vote nuke, äh aktivieren. Jaa. Wir müssen hier für faire ähm, Verhältnisse sorgen. hast du denn jetzt ja ich habe mich schon gewundert warum der gegner also in dem fall war das wurde es gut penetriert von der mann mails unser unser sport mit hatte ultimative sport sport protection ich glaube für drei sekunden oder so ich habe ich wollte auf den sport aber bei mir liegt noch der timer runter und ich sehe er wird getroffen aber er fällt gar nicht um das ist schon in szenen das ist das gleiche spiel wie wir oder spielst du hier landschaftssimulator das messer gegen nicht ich habe noch umgefucht ja das ist ein link ist das drop drop schatten hast du gemacht immer welcher geht es nicht so gut leider ach komm der kollege so entschieden sowas nicht weil er die ganze runde 25 der woanders muss ja also er ist schon gut aber alter hey denn ich hatte mich letztens als gegner seine mugs waren echt gut und du hast uns damit recht nicht einfach gemacht alles klar tg's marvin fragt auf welcher konsole spielen wir okay dann spiel ich auf der gamecube müssen ja crossplay functionality bei der selben firma ist wenigstens gegeben ja die rex regel definitiv auf der allee auf jeden fall auch den straßenverkehr sowie der look angedeutet hat manche haben auch hier gefühlt ist die hitbox auf dem runde auf meiner xbox series x kann ich kein bei battlefield 3 kein fps booster aktivieren ja müsstest ein pc verwenden da kannst du dann unlimited fps es hat einer gemeint fn key plus b versucht es mal nächstes mal wenn es passiert fn fn key der funktions key und w jetzt kann ich erlaufen jetzt geht es gerade hinter uns es gibt einen anderen eingang dieser au hitting ach der kollege wieder ja dieser au mirakel mirakul ist fertig Der ist hinter dem gelben Container, glaube ich. Aber warum werden wir denn jetzt gerade überrannt, das verstehe ich nicht. Ich habe angemacht. Ach, natürlich. Ich auch, die Rex. Aber schön, dass du den Medikit hier geschmissen hast, kann ich ihn bitte hochhellen. Das war aber echt, das war aber knapp für dich, ne? Ja, ja, kann so sein. Ja, 53 HP. Ja, das ist aber nicht nach. 53 HP? Okay. Um die Treppen hoch, andere Hausende. Kommst du jetzt nochmal, Loki? Also soll ich jetzt warten, oder wie machen wir das? Äh, das weiß ich selber noch nicht so genau. Ja? Ja, gib einfach mal ein Info und dann... Oh! Ich hab's nicht geschafft wegzuspringen. Ich hab's nicht geschafft wegzuspringen. Oh Gott. Schwein. Steht der da oben im Geschoss? Ja? Ja. Er springt immer so, konnt davor, macht paar Schüsse und dann rennt er wieder weg in die Base fast. Ah, ja, ja. Slide Cancelling ist er noch. Ja. Ist halt. Ah hehehe. Oh, ich war ge-kinder, kinder. Geh weg. das von einer nach dem anderen mal da ich weiß gar nicht auf wen ich schießen soll das mit den co-op mission denn ist ziemlich random manchmal geht es manchmal nicht man kann halt wenn man sich gegenseitig edit halt einladen manchmal geht es manchmal nicht was ist da mit ihm los so was ich hätte er mich jetzt gut ich glaube der typ ist sogar von der ps3 hast du denn mitgebracht so und diesen platoon ja denn das letzte mal war glaube ich vor so ein oder zwei wochen wo das geklappt hat im co-op war so wir waren in der runde dann wurde der server gecrash dann habe ich dem anderen die einladung geschickt vom co-op und dann hat es wirklich geklappt und dann konnten wir sechs missionen spielen und bei der siebten kurz vorm ende ist dann das co-op einfach ausgegangen da hängt jemand in der rüstung schießt runter ok das hat mich ja wieder ich wollte da nicht liegen steht bei sind am eingang und ganz hinten zwar an der säule bei sind supporters ein sniper ein medik ab den mehr kugeln konnte das zu volumen essen aber mann wieder ich bin in der messer wieder rausgeschossen das ist das ist mir heute einmal zu oft langsam ja was willst du auch messern man ich muss jetzt zurückkämpfen du bist so ein wundern so entschuldigung er kommt auf die ecke mit dem m3 20 mann komm ey Ich muss ihn doch unterhalten. Da war die falsche Gang, ja? Ich find's sowieso komisch. Manchmal steht da, wenn jemand das versucht, auf dem Server kommt, dann automatisch contested, trusted player, bla bla bla. Manchmal funktioniert der Vote Ban. Weiß aber auch nicht, woran das liegt. Ach, Shotgun gammelt im Tickethaus. Wirklich, der bleibt halt extra zurück, wartet nur davon. Hör mir auf. Im Ellie Haus mit Bipod Suppressor. Nein, 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 lass mich weg. Ich glaub wir brauchen ein anderes Squad. Pio, wir müssen mal schauen, ob es irgendwo welche gibt, die Medik oder so spielen und pushen. Das ist alles voll. Okay. Kann ich ein neues davon? Du, der eine ist raus. Die sind denn die jetzt hier gestorben? Drei mit einmal? Hä? Das sah jetzt crazy aus. Fn und W. Das hat einer geschrieben letztens in den Chat, als jemand geschrieben hat, ich kann mich nicht nach vorne bewegen. Wo ist denn die Kacktaste? Du bist ja noch neu auf dem PC. Hast du Fn überhaupt auf deinem Keyboard? Naja, auf der Booting nicht. Ich muss meine andere an gerade hin. Ich glaube, da kann ich mich lieber anschießen lassen. Hallo hier, ich schieß mal ein bisschen. Ich brauche Shots, ich brauche Shots. Ich biete ein Kilo aufs Vormpunkt gerade. Hallo. Ich geh vor, ich geh. Hat es funktioniert oder nicht? Na, ich krieg die Funktion dafür nicht. Sorry. Ja, gut. Ich vermag hier rumzuspringen, alter. Nein, das habe ich davon. Ich musste mal die Lampe anmachen. Irgendwann Licht. Jetzt habe ich Shots bekommen. Nice, endlich. So, jetzt ein Reverse bitte. Jetzt könnt ihr euch frisch machen. Ja, Dan, das existiert schon seit Ewigkeiten, dieses Problem. Ich habe noch Verstärkung bekommen. Jetzt seid ihr dranne. Wen habt ihr denn für Programm habt ihr bekommen? Könnten sie in einer Up-to-Date-Version fixen. Nein, da siehst du doch. Guck doch mal, letzter Platz. Den Sky-Fi oder was? Genau. Ja. Ja, was ist das? Die Verstärkung? Ja. Der wird sich gut weg, man muss gehen. Also bis jetzt war der mich noch gar nichts weg. Der hat 3-3. Mit einem 109er Ping. Ich glaube, der spielt wieder einen, würde ich behaupten. Ich muss das hin. Ja, ich glaube auch. Meine M16 mit Schalldämpfer, Ballade, alles weg. Genau. Mit Schalldämpfer auf, Smokern. Hier Pure, mach mal links, smoke please. Negativ, negativ. Warte. Äh, links, ich habe gerade auch... Alles, alles gut. Ich bin jetzt selber wieder am Smoken. Die Claymore ausgeschaltet. Wir hatten eine neue gelegt. Es sind drei Leute mittig rechts. Oh, bei uns regnet es, geil. Wieso ist da noch eine Claymore? Ich will dich wieder benehmen und sterbe dadurch. Ich habe doch gesagt, der hat sie wieder gelegt. Alles gut. Okay, okay, gut. Fünf Sekunden Pure, alles wieder vergessen. Ja. Was passiert also, wenn man zu viel COD spielt? Ja, genau. Oh, Ida. Das war so klar. Wir könnten eventuell eine Möglichkeit haben, durchzupushen, wenn... Ah, jemand ist beim Auto mit der Shotgun hinter uns. Ja, der hat ja alle geholt, den Fu gerade. Ja, der ist da oben. Nix wird hier durchgepusht. Warte, warte, ich muss meine Map einstellen. Warte! Drei habe ich bekommen. Jetzt wird es eng einfach. Oh, ne, gute Bahn jetzt. So, kein Spiel. Alter, du wirst ja schon mal spielen. Ja, ich kann dich nur bitten, äh... Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß die. Die Info. Ich bin im Smoke und werde so hart weggeballert. Ich auch. Boah. Das geht aber gar nicht. Links, wenn du LVG oder irgendeine andere LVG machen würde, die würden alle umfallen gefühlt. Oder halt... Über das Office halt um... Drumherum. Ja, leider wurde ich direkt von irgendwas schnell weggekillt. Da sind halt trotzdem zu viele Medics. Ich habe zwei gekillt, die wurden beide revivet sofort. Ja, wir wären alle revivet hier drin. Hier sind nur Medics drin. Hier sind nur Medics drin. Das stimmt, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Perfekt. Zweiter ist weg. Dritter ist weg. Oh, Habibi. Nice. Stark. Ich glaube sauber. Ich sehe nichts mehr. Ne? Äh... Äh... Oh, unser 1A-M94. Haha, gut seid ihr. Er wurde geholt. Ja, perfekt. Hast den richtigen erwischt. Ja, ja. Ich habe mich hingelegt. Ha! Obviamente, wir sind gegen 100 Stars an M3-20. Ne, Mann. Nicht erfreut über deinen M3-20. Ich bin jetzt schon auf Low-Loop. Nach, Mann ey. Was geht mit dem ersten Platz in meinem Team? Mal da. Level 37, 60, 9. Okay. Was? Warte, warte Pio. Warte, warte. Egal. 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 Jetzt wird da uns einer deine Praktik kopieren. Nein! Let's go for Cheetah! ich wusste aber auch gerade genau wo wir sind und ich bin gerade von bockers verlieren sogar nee oder Ach man, was macht das Team? Wir hatten so viele Beacons und so viele Gegner nach hinten gezogen. Wir sind aber wenigstens zum Ticket vorgepusht. Ganz auch schwach, als ich geschrieben habe, Porn, äh, Squat, da, 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 bei C. Nur einer kurz in den Squat gekommen, sonst keiner. Ich hab's, äh, ich dachte nur, was ist scheiße, äh, äh, ich dachte ja, du hast ein Disconnect kurz und dann dachte ich, nee, nee, wir müssen schnell wechseln. Ja. Ach, scheiße. Okay, da hast du den Beipot, da hast du noch, ne? Oha! Ja. Da ist Aika, worauf ich so lange zu machen habe. Ja, das ist ein DWhoa. Ja, das ist ein Dalsch. Ja, das ist ein Dalsch. Du bist so lange zu machen. Lass dich nicht. Ja, ich glaube, ist das. Jetzt fällt mir durch. Ja, ich glaube, ich bin ein Dalsch. Und dann fach, das Ganze. ich habe einen Schuss ich habe einen Schuss man kann gefühlt alles umballern aber irgendwie bekommen nicht vorwärts wartet wahrscheinlich unten hier ist er ist sogar im stream und schreibt auf deutsch doch er hat gerade wirklich in dem moment wo du gerade seinen namen genannt das hat er wieder geschrieben aber jetzt macht sinn warum er wusste wo wir sind die ganze zeit das ist halt im streams ich sehe ich nicht einmal vorne ist und nur irgendwo hinten kam mit herum sie ist dort eine punktzahl kann mit dem grunden rum wir müssen mal elli probieren deswegen war der ist auf der seite wo ich mit der lvg den getroffen habe das macht natürlich sinn ja was machst du denn hier kommen jetzt rein Achtung Achtung ich hab das getypt ey zum das pass auf ich war in einer besser-animation er hat mich er hat diesen block gemacht dieses counter knife und die hat mich weg geschliffst wie geht denn das also gefühlt habe ich ihn eigentlich schon gehabt aber dieses counter knife geht das auch wenn du schon wenn wenn du schon in der animation ja 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 deswegen ist es ja ärgerlich für die leute wenn es dann einem passiert wenn man eigentlich ja du darfst nicht vergessen auf der playstation und auf der xbox spielst du mit 30 fps dass dein input lag ist viel höher also ich hab 300 was dollar oder was dollar oder was hast du ne euro und fps achso ja gut hab ich ein bisschen mehr ja ich hab auch nicht alles auf ich hab auch nicht ja auch wieviel hast du maximum auch raus ich hab jetzt 355 gekett ja 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 ist wirklich so vielleicht könnte noch 20 30 mehr average weiß ich nicht keine ahnung aber ich könnt gerne noch locker 150 rausholen wenn ich will so was das für ein konzessor man schon die neueste generation jetzt also jetzt Intel i11 die 8000er amd will ich weiß ne ich hab diese gaming intel aber intel ist jetzt aber nicht also also wie soll ich sagen der amd der amd der amd müsste theoretisch ein taktenwasser sein ne ich glaub schon aber ich glaub ich mach dir 7000 glaub ich ja kommt drauf an würde ich sagen es ist halt weil bei dem spiel war wo du im prinzip wirklich nur so ziemlich zwei kern oder so benutzt ähm das ist halt die frage was das spiel mehr mag diesen cache diesen 3d cache oder halt dann die volle also diese gigahertz müsste man halt mal vergleichen ja aber es sind ja insgesamt so einige faktoren ich mein ja der auch dann vom ram abhängig was hast du richtig kommt der vk der kommt auch noch dazu und so weiter ja wobei bei dem spiel dadurch dass es so alt ist das ist nicht so wichtig außer du spielst vk ja endlich kriegen wir mal einen high level player hier dazu nice ja das spiel lässt mich halt immer noch nicht rüber ich kann nichts machen aber ist ok wenn man es auch eine halbe stunde nicht mehr probiert kannst du dich zulassen ne ne irgendwie auch nicht ne fühlt sich ja so gut weg ne na ey der dreht sich natürlich um ist klar netter mensch das hast du gut gesagt ich merke das wird langsam mit dir ja dann pack mal wieder ein schalldämpfer drauf ja da weißt du da war einer vor mir da war einfach noch einer vor mir und da waren drei vor mir und dann dachte ich so ok jetzt muss ich doch mal anfangen zu schließen und dann ja ja Ich hab auf Nase geschossen, der gerade wieder überlebt wurde, ich hab wirklich den ganzen Magazin verbraten, den hab ich gerade noch so bekommen. Nice. Gib mir doch auch mal nen Messerkill. Oh, der letzte hab ich dann. Danke. Ach, da war einer oben, achso. Ja, okay. Das erklärt einiges. Ja, ich wollte da nicht losen, aber... Ich weiß, da stehen vier Leute, man. Oh nein, ich hätte den... Ohhhh. Das war schlecht von mir. Oh nein, IHOP ist auch da, oder hopp? Die kommen scheinbar aus der Fronttür rausgepusht gleich und links kommen sie ja schon zahlreiche raus. Ich werde ständig von irgendeinem Mongo geflopft, ne? Eis. Also ab und zu sehe ich Playstation beziehungsweise Xbox-Spieler am streamen, also man muss halt selber mal schauen. Ich spiele in dem Multiplayer auf jeden Fall. Warum bist du denn da wieder drin, Alter? Ja, ich habe heute mal ein Messer, wenn du da vorbeispringst? Ja, vor allen Dingen die sieht auch wieder keiner, weil es nicht kann man ja nicht sehen, aber... Ne, ich bin ja sehr gut reingesprungen, es war auch hier aus dem Lerbo. Warum sind denn da so viele jetzt überall? Warum sind denn da so viele jetzt überall? Was sollte denn? Okay. Das Slug war ganz hinten links bei dem gelben Container schon. Habus wie vor dem fuhren. , doch bitte, Applaus. Ich bin ja. Ja, ich bin ja. Und ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Soll ich das, was dann auch immer noch mit gehen. Gerekt man ja auch mit, ich bin ja. wir werden von mittig ich versuche einzukommen aber ich werde weggeballert von mittig irgendwo nach draußen links und dann versuche ich zu die beiden jetzt versuchen zwar endlich mal ein paar die bei ellis versuche ein paar aber jetzt schon ich werfe nates über deinen über die mauer hinter uns du ein knatter mensch du hallo ich smoke nicht sehen vielleicht eine gute idee hä warum hat die smoke wo ist denn die zählgang alter ey ich hätte die sich treffen müssen ja bleib mal da müssten die reinkommen wir haben die eigentlich ein bisschen zurückgedrängt jetzt müssten die nachziehen machen sie nur leider nicht ja scheinbar sind die die bei elli waren auch leider gestorben haben wir im prinzip sowohl links als auch alles andere verloren jetzt gehe doch mal ein meter ich soll ich glaube wie war das wie war das am anfang der runde ich will wieder auf die fresse kriegen ich glaube du hast du früh gesprochen ja stimmt stimmt ja okay oder aka und ja G18 jetzt mal weggebaut hat? Bei mir steht M9. Es waren aber 5 Leute, die um die Ecke kamen. Also da reicht eine Kugel von jedem. Da sind wir alle zu. Jetzt musst du leider sagen, wenn du schnell triggern kannst, das finden sie an dir auch gut. M9. M9. Ach jetzt. Bura. Komm mal habibir. Oh, das sind so viele. Mann, ich dachte es ist ein oder zwei. Da müssen ein paar reinrennen dann vielleicht. Ja. 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 Das ist halt die ganze Firma da. Das ist halt die ganze Firma da. Was hat AOWIP denn für ein Problem, Alter? Kannst du das mal im Stream bitte schreiben, was für ein Problem ist, mein lieber Kollege? Weiß nicht, ich sehe ihn nicht. Er hat irgendwie in Chat geschrieben, fucking playing on WiFi late plus lag is like all problem. Ja, damit will er im Endeffekt sagen oder gesteht sich ein, das wäre ähm... Voll nicht plus all problem. Es macht überhaupt keinen Sinn, was er da schreibt. Da ist wohl jemand ein bisschen delusional. Nein. Wo... hinlegen. Die hat mir aber... einen Shot gedrückt, Alter. nicht mehr. Geht doch mal weg, Kumu. Ist das mal böse oder was ist denn los? Papudi! Papudi, Papudi! Boah, dieser Goals, die den Nerv zu haben, sind so eine 80-Telle. Oh, ne... Im... Im Haus, oder wie? Ja, ja, ja. Hier ist aber wirklich jeder Schuss gefühlt 100 Prozent. Also wirklich vor allem, ich bin hier erstmal weg, der brennt schon. Also das ist jetzt mal aber sehr, sehr oft. Ich verstehe, was du meinst. Hey, nicht gegen mein T-Mate, okay? Hey. Doch, doch. Der nervt. Das ist ein cooler Kerl. Sehr klar. Hahaha. Ich glaube, der ist in deinem Stream auch drin. Because, meine Herzen geschrieben, thanks, but I love you too. Hahaha. Äh, okay. Ich bin ja nicht blind. Ich bin da pure! Wow, der verrückt der Scheiß nicht. Wie viele Leute sind da denn, Alter? Ja, dann komme ich auch nicht mehr weg, oder? Nee. Eigentlich. Hinter uns, hinter uns, beim gelben, äh, beim grünen Kasten. In den Gläsern. Snipern bieten. Ja. Ich schieße da rein und schieße rein. Der läuft aber weiter. Hallo! Kasten! Kasten! Wie kommt es? Wie kommt es? Ja, nicht so. Das ist so high, das ist ja Ich habe ihn gekillt, ich habe es auch noch rechtzeitig gesehen. Oha, aber ich kriege noch Punkte für den Sprengstoff, hä? Ja, weil er noch revived werden kann. Jetzt wirft er es wieder, er wurde revived. Ich denke jetzt glaube ich auch wenn du das selber kaputt machst, kannst du dich auch selber damit töten. Ja, wenn du nah genug bist dann. Ja. Kann das rauskommen, Dings? Hä, mein Smoke, es ist einfach verschwunden. Ich hasse das, wenn das irgendwie durch den Boden geht oder so. Eigentlich war das doch voll on point. Blöd. Ich hoffe nicht sehr, wenn nicht jemand durch den Smoke einfach lasert. Ja, nee, eigentlich… Alles gut. Machst du denn da? Was macht ihr denn da? Da ist nicht mehr. Ja. Warte. Ja. 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 Ja, ja. 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 Ich hab immer dieser scheiß Wrath of Smith, es killt mich kein anderer, nur er, Alter. Ich hab immer dieser Scheiß, ich hab immer dieser Scheiß, ich hab immer dieser Scheiß. gg 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 in der rush classic sind noch zehn spiele da sind wohl noch ein paar zusammengekommen tatsächlich BGs auf Gulf of Omen Eigentlich hab ich keinen Bock noch auf noch eine volle Metro-Runde Nee, ich müsste hier aufhören gehen Alles klar BGs Ja, ich wollte eigentlich was anderes joinen Guck ja gerade am Server-Browser Der Schau benutzt dein Prime-Sub, ja gut Danke Ich weiß nicht, willst du dem Rush-Server-Joinum sehen, was da eventuell geht? Vielleicht join dir noch ein paar Im Rush-Classics Ich geh mal da drauf Ich habe mich bei mir Ich gehe mal da drauf mir noch ein paar Ich gehe mal da drauf Ich gehe mal da drauf Wenn ich dich aufhören Ich gehe mal da drauf 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 meinst du das in m320 smoke oder was meinst du viel geht hier nicht ab 8 gegen 6 mal sehen wie viele tickets sind und der wasch war hat sogar noch den panzer genommen warum macht er so was ist doch noch noch also bei da macht man doch einfach nur infanterie also bei vielen spielern verstehe ich aber noch nicht bei ja da kann ich es verstehen aber bei dem aktuellen zustand mit 7 gegen 8 oder was auch immer macht es echt keinen sinn da wird der server doch dann die exe Nein, hinter uns. Moment, ich spawne mit dem... Alles gut. Ah, perfekt. Jetzt sind es 8 gegen 8, aber... Oh shit, das ist... Battlefield 3, worth buying again in 2024. If it's on sale, yes. If you get it on sale. Two dollars, two euros for the premium edition. On sale. You can also get it on a keystore. If it's not on sale in YayApp and Steam. Are there enough players? I mean, there are still some players playing. You can play it every day. Limited maps and game modes though. Especially since early March. When EA did this so-called maintenance update that... Screwed a lot of things over. Unfortunately. As always. My FOB is 70. Warum spiele ich damit? Einfach, weil ich damit jahrelang spiele und keinen Bock habe. Ende. Du bist da bleib bei deinen Leisten. Du bist da bleib bei deinen Leisten. Du bist da bleib bei deinen Leisten. Es geht aber 9 gegen 9 jetzt mittlerweile. Jo. Ich bin mal gespannt, ob die... Also bisher ist eigentlich verwunderlich, dass keiner im Chat schreibt, warum klaut der den Tank, weil doch nicht so ein Low-Ticket-Low-Player kommt. Ich hab's geschrieben. Ich hab's schon geschrieben. Achso. Aber ich dachte jetzt die Gegner, dass die das nicht machen. Nö. Ich hab's geschrieben. I'm giving them the tank back. It's 8 vs. 8. Naja gut. Er ist disabled. Zeug. Ich hab's geschrieben. Ich hab's geschrieben. Ich hab's geschrieben. Das ist eine false Zeug. Einfach zu verraten. Ich hab's geschrieben. Ich hab's geschrieben. Die Hälfte sind in der Mitte. 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 Paul und Schuvel links sind welche. Ja Moment. Den habe ich geliebt. Auf mich. Beine Aids habe ich raus. Glamour, Glamour, Glamour. Einer ist down. Der wird bestimmt revivet. Forter ist auch down. Beide Madics sind noch im Leben. Nice. Das hat mich getötet? Ja, aber von da oben ist doch Panic. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Full kill. Oh, 10 gegen 10. Das wird immer mehr. Ja, vielleicht kriegen wir noch ein, zwei Matches. Hm. Here is your Mad, kid. Ja. Mach es meinen float. Da! Mach es den Kopf! Da! Mach es nicht. Da! 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 Ich wundert mich, dass der Puncher noch nicht Ja, da war es Moin Damian Links im Gang, meinst du? Ja Ja, ja, da bin ich Aber ich dachte, nee, hinter uns Nein Die zwei Udo haben mich zusammengefickt Ja, die spielen gut zusammen, also die sind sehr eng beieinander die ganze Zeit, ist mir auch schon aufgefallen Und die machen das praktisch gut Ich weiß jetzt auch nicht, ob der jetzt hier durchgekommen ist, der eine, weil Die ganze Zeitweise so Ah, er ist down Aber es ist ja klar, dass sie diesen Weg lang kommen wollen, wegen dem Panzer Anderen Weg Ja, meistens sind sie hinter mir Ja Hier, wir können seine Waffe zurücknehmen Geh mal beim Volk spammen, du hast denn sie in einem Spot Also, das glaube ich Die Map heißt Graubazaar Deutsch Großer Bazaar Kommst du? Ja Enemy Soldiers spotted Over Jetzt gehen sie raus Dieses Uru Team ist raus Aber ich kann es nicht verstehen Ja, natürlich Also, wenn ich einen Server joinen würde, der so ist im Rush, würde ich definitiv hier rausgehen Ja, da würde ich halt einmal versuchen, oder zweimal den Panzer mit Engineer Kraft auszuschalten Und wenn ich merke, dass das halt nicht möglich ist, dann Oh, er ist jetzt down Ja, das ist down, nice Ja, aber die sind jetzt halt raus vom Server leider Ja, jetzt gehen alle raus Ja, gut Oh, er ist aus Kein Ja, das ist das Und ich habe dieses Spiel, die Macht wird mit dir sein Ja, jetzt haben sie ihn direkt wieder geholt, ey komm Ja gut, damit macht er es ja wirklich komplett kaputt Jetzt werde ich rüber geswitcht oder was? Ah cool, super, jetzt bin ich bei den Attackern oder was Ja, ich wechsel rüber Du kannst die FOV in-game bis 90 ändern und wenn du darüber hinaus willst, kannst du Ähm, die in der Datei tatsächlich noch weiter höher drehen Aber das ist halt Personal Preference, AQI-Techton Kannst ja auch, glaube ich, dein, ähm, wenn du ein Nvidia-Grafiker da hast, kannst du da ja auch noch was verändern Glaub nicht Doch, doch, doch Das ist einfach in der Datei von den Settings Deiordner In dem Dokumentenordner Da schreibst du halt anstatt der Zahl 90, 100 hin, Byte bis Weis Oder manche spielen sogar 120 oder so'n Scheiß Okay, ähm Ja, wir müssen erst mal den Tank wegholen, jetzt Ja Versuch auf die Bucke zu gehen, um ein bisschen so High-Ground-mäßig Gittert also kommen Ah, warum hab ich ihn nicht getroffen Wir haben ihn einmal Disabled, disabled, disabled Nice Er wird repariert Er ist zu weit zurückgefahren, dass ich nicht mehr wirklich sehen kann mit dem ganzen Suppressen hier Ich glaube, der Tank ist down Okay Negativ Er ist ganz weit hinten nach hinten gefahren, oder? Ja, ist bei mir jetzt Ey, warum hat denn die Doch das Haus abgeballert, warum ist Da umgeguckt All right, Soldi, you're good You're good And burn Last spell, sniper, over Andy, ich habe ihn mit dem Schwer Ja, ich bin So schlecht der Tankfahrer Ja gut, dann gehen wir ihn dann besuchen Nur einmal gehittet habe ich ihn Er ist sehr räulig was er da macht, aber gut Ja gut, dann gehen wir ihn Das ist ein E-D-D-D-D! Tank ist disabled. Ok. Naja, der Panzer wird ja schnell respawnen, das Problem ist wahrscheinlich, wenn die da hinten noch nen Beacon haben, dann wird der den direkt wieder klauen. Ja Shikimiki, der Twitch-Chat sollte deine Nachrichten sehen, manchmal ist es so, dass diese Restream-Funktion kaputt geht und es dann nicht mehr funktioniert, aber meistens sollte es eigentlich funktionieren. Minen waren noch keine da. Links ist clear. Da kam ich bestimmt mit C4 oder? Sniper ist hier bei mir. Hat er dich? Oder was? Naja. Der ist drüben, wo dieser Eingang zu der Alley ist. Wir haben zwei. Und dann bleibt man an dem Container da. Ich glaube jetzt ist C4, ja. Jetzt ist C4, ja. Da. 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 Auf diesen C4, Heini. Deswegen spiele ich gerade so ein bisschen... Ich kann jetzt nach vorne fahren, aber der wartet darauf nur, glaube ich. Jetzt hat er es. Ich habe ihn eigentlich voll gehittet. Aber es hat ihn nicht getroffen. So ein Bullshit. Manchmal hat man echt nur Pech. Ich kann leider so nicht bei dir spawnen. Ich habe das M-Com gesmoked mit M320 Smoke. Ich bin echt schnell. Sam, Sam. Just covered. schön gemacht noch nice ach ich hasse so leute man scheinen den ganzen in diesen ich meine spezielleren wörtern heißt es einige personen finden dann live im querformat möglicherweise verstörend vielleicht solltest du dieses live als altersgeschütz markieren und der witz ist ich habe es auf 18 plus markiert ich mache es jedes mal richtig einfach mit diesem müll anzeigen was soll ich denn noch mal eine flagge hier oben wo steht 18 plus 18 plus das spiel ist doch schon ab 18 plus was soll ich dann noch bilds aus wenn ich machen so eine runde mache ich ja wo ist von der maus wochen direkt die mittlere straße da sind wohl jetzt seitlich gegangen ah der eine hockt da in diesem garagentor wo du drunter dich hinlegen kannst jetzt nicht mehr da ist noch einer noch einer ok bis in die zwei marscheltypen ja ja ich versuche ihn ja zu bestrafen und xbox und 240 ps1 grafik zu 4k ultra settings ja wenn wir trafen pc ist halt wirklich die beste version beste grafik beste mit bis zu 64 spielern ist schon sehr nice du hast auch keine rucklade läuft flüssig ja wenn man den pc halbwegs einstellt definitiv ich finde es aber nur schön dass sie jetzt in das angreifer team sind und dass sie jetzt so richtig auf die schnauze kriegen die zwei so richtig als punishment dafür jetzt ja ich bin mal gespannt wann die ersten rausgehen entweder wie sie rausgehen oder wie sie uns überraschen weil wir sind immer für eine gute überraschung zu haben links gehen sie jetzt rum ja ich habe einen von beiden der wird aber jetzt revivet das sind beide jetzt weg wo ich liege ich komme mal von hinten oder auch nicht nein oh ich dachte ich bin weggekommen der xbox 7000 stunden oh nice der hat sich tatsächlich mit der small selbst erledigt und jetzt schiebt der es mir bestimmt ja 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 das ist zum beispiel eine dieser taktiken ja vor allem bei low player count sind das ja ziemlich gut ja jetzt hättest du grad sehen müssen der war mit dem rücken zu mir und ich höre schon wie es die schüsse kommen und mich treffen aber sein charakter war noch nicht umgedreht ja da gerade ein bisschen spain show ist aber gut keine sorge ich hab zwei pf3 vor erst einem halben jahr gespielt seitdem fast jeden tag ah nice ja klar die prime zeit ist natürlich vorbei von bf3 weil man jetzt natürlich viel weniger auswahl hat aber man kann trotzdem hier und da auf jeden fall ja noch es gibt ja doch auch noch eine sehr große community muss man ja sagen also sie ist jetzt nicht riesig aber es ist schon ja da ist auf jeden fall eine dedicated man findet eigentlich schon zu fast jeder zeit immer den server ja jetzt vielleicht nicht immer komplett voll aber spielbar auf jeden fall ja die müssen auf jeden fall dieses dumme maintenance update irgendwie rückwärts machen weil dadurch sind einige wieder jetzt verschwunden durch battlefield 3 plus natürlich die server crusher ja 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 wir sind hier vorne beim boss so schon soweit ok moment in dem raum ich werf ne net rein nein dann hat er das liegt da hinten am bipod man oh der hat da auch nen beacon schon ja am bus am bus am bus am bus konnte deine waffe nicht aufheben ja kein schluss ja ach pannschu ich wusste Ich hab's bestimmt gedacht, dass von der einen M320 gehitet worden bin, dass er das eventuell ist. Weil er auch nicht in unserem Squad gelandet ist, dass er im Server gejolt ist. Oh, Pancho ist hier. Gut, jetzt haben sie ihn mal. Jemanden, der pusht. Ja. Wird's interessant. Gut, ich könnte beim Discord kommen hier. Haben sie halt eine Headpatch. Versuchen mal außen rum zu gehen, schnell. F2000 auf der Maul. Sie läuft. Drehen wir nix. So, jetzt räumen wir hier mal auf. Einmal alles. Einmal ganzes Team geballert. Nice. Jo, Marc Smallville ist auch nice, war ich gestern auch drauf. Hey Senki. Jetzt gehen sie rum. Naja, das war im Yellow Container. Vielleicht könnte ich versuchen, seinen Fuß zu treffen. Wobei der Spotter müsste ihn eigentlich voll treffen. Tönen, der hat ihn geholfen. Ich bin auf dem Fluss. Oh, sie sind auf B. Ich wollte ihnen ein I-Fan, ich dachte, das war Prancho. Oh. Hey, Battlecat. Die pushen hier alle, oh f***. Ganz klar. Hier, Leute, glaube ich. Auch hier das Teil. Das hat ein bisschen Suppressing-Fire da gemacht. Ja. Jetzt kommen sie alle hier rum. Na, wir sind alle down. Ob das klingt nach einer Flanke, ja? Ja. Ja, Doublekill mit deiner Shell-Snapper. Gehen wir mal auf Flanking-Mission. Noch zwei, mindestens. Jetzt, wo ich hier flanke, kommt ich in der Alley wieder. Glaub ich zumindest. Irgendwo höre ich's. Ne, links, 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 links. Ja, ich seh's, ich seh's. Er ist re-placed. Vorne, rechts. Oh, Pabodi! Steht noch. Steht noch. Da respawnt ein Medic und Revive 2. Hier im Raum. Ich bin down. Funchwart mich. Herr Emre schreibt, ich hab's mir einfach nicht geholt für 2 Euro. Ja, dann kannst du ja entweder bei einem anderen Keyshop mal gucken, was da der Preis aktuell ist. Bestimmt auch unter 10 Euro. Oder du wartest halt auf den nächsten Sale von EA oder Team. Schönen. 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 Schweine da, Mann! Oha! Ja, es geht 209er Pink. Okay. Ich hoffe ihr habt ihr euch. Man versucht ihr euch damit. Nein, ich bin hier gerade rumgeflogen. Ich glaube, hier in der Schwede ist das Bombicken links. Ja, ja, ja. Zweimal, zweimal. Die retten sich jetzt da. Das geht aber, wird aber doch jetzt langsam wieder ein bisschen voller. Wuuuuh, let's freaking go! Triple Defip-Kill beim Spawnbeaken, das hatte ich glaube ich auch noch nie. Der dritte hast du auch nur wegen mir gehabt. Ja, das stimmt natürlich. Weil der auf mich geschossen hat. Ja, weil der auf mich geschossen hat. Ich habe auch gedacht, okay, dann wirst du ihn wahrscheinlich kriegen. Aber gut. Alles gut. So hat er sich hier mal wieder ein Eclipse. Ja eben, ja. Muss sein. Hier. Triple Defip-Kill plus Teammate wiederbelebt. Oh. Was? Ey, G3-A3, ich habe First Shot. What? Was? Das ist so ein crazy Shit, man. Das ist so ein crazy Shit, man. Na ja, den beiden mal her. Ach, jetzt sind ja drei Leute. Ah, okay. Haha. Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Zack, jetzt. Schau. Es geht um, dann ja. Schau. Ach, ich bin der Fluss. Einmal rutscher! eventuell kommen sie gleich links durch fleißig smoken sind sie auf jeden fall thanks for clipping it nooblutomlet Oh fuck! Wenn er echt versucht, ihn mit einer Shotgun auf die Range zu treffen Dieser kostet dich auch . Ich habe hier etwas, was Sie brauchen? Ich bin mal raus, GG's. Jo, GG's, danke fürs Joinen. Auf jeden Fall, heute zweimal. Ja, nice, nice. Dann komm gut zu Bett und wir sehen uns. Jo, du auch, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Hey, Mohamed. Let me see. Okay, see you. Yo, bitte, bitte. Oh. There's a punch to left. There's a punch. 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 Oh, nice. There's a punch. 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 There's a punch.